Wir machen direkt weiter mit einem unserer absoluten Lieblingsländer. Und das nicht nur, weil unser Studio hier in Köln-Mülheim komplett von diesem Land umgeben ist. Es handelt sich um eine echte Frühstücksnation, möchte man meinen. Sie haben uns in den Café gebracht, sind der Ursprung des Croissants. Und wenn ich um 6 Uhr morgens aus dem Club falle, brauche ich auch ein gutes Frühstück. Darf ich gar nicht mehr. Ein Döner-Kebab hätte ich da gerne. Wir freuen uns auf die Türkei. Und für die Türkei tritt jetzt ein junger Mann an, obwohl den kenne ich schon so lange. So jung kann er gar nicht mehr sein. Seit Jahrzehnten ist er auf jeden Fall im Geschäft und bei Rap- sowie Pop-Kollegen extrem beliebt. Sein richtiger Name ist übrigens Ekrem Bora. Er hat sich heute Unterstützung von einem niederländischen Türken aus Düsseldorf geholt. Schöner Mix. Sehr komplexes Konstrukt. Wir werden uns gleich anhören, wie das klingt. Hier sind Für die Türkei mit Günadin, Ecofresh und Umut Timu. Applaus Freeelle Anruf 地 Güne Ich steh morgens auf in der Berber-Famil Gott sei Dank ist der Mercedes-Cleaf Schnell mein Hemd vom Besacci anziehen Aus der Box läuft ein Rolls-P-I-G See unterwegs, eine sehr schöne Queen Wie konntest du den Märchen entfliegen? Mann, ich glaub, ich würd sterben für sie Guten Tag, stell mich vor, ich bin der German Brief Baby, good night, denn das wird dein Tag Du bist nicht wie die anderen Weiber Ich bin Türkisch in die Hayrat Ich hab dir jetzt die Haymat Ne güzel bir Rüyasam, meleğim Günaydın Canım feda olsun, benim baştacım Neye fayda, neye zarar Sen azabım var, başkasına tapama Seninle tamam Seninle tamam Ich steh morgens auf, nur das Para im Kopf Mentalität, so wie damals am Block Fast machte mich das Drama gestoppt Heute ist der Kanako top Ich glaube, das war Karma von Gott Von C und A bis zu Prada und Boss Aber warum mach mich arm oder bekloppt Will tanzen mit dir, bis die Anlage kocht Baby, good night, denn das wird dein Tag Du bist nicht wie die anderen Weiber Wie geht im Türkisch in die Hayrat Ich hinfülle dich in die Haymat Ne güzel bir Rüyasam, meleğim Günaydın Canım feda olsun, benim baştacım Neye fayda, neye zarar Sen azabım var, başkasına tapama Seninle tamam Seninle tamam Seninle tamam Seninle tamam Eko Fresh und Umu Timur für die Türkei Hei Teşekkürler Türkiye Dankeschön Danke euch Vielen Dank